Ist es an? Wir sind jetzt gerade am Hauptplanwurf in Passau und starten gleich in Richtung Saarbrücken. Bisher geht es mir gut. Ich habe schon einen Party gemacht, ich habe schon geschlafen. Wir kommen rechtzeitig. Wir gehen in diese Richtung. Wir sitzen jetzt gerade wieder im Kino. Willst du zu mir auf den Doppelsitz? Ja, Max ist ganz traurig, weil Lorenz ihm auch angeboten hat. Aber dann hat er mich auch und dann war ich halt schön. Das war ein sehr komisches Gefühl, wie dein Kino versandt. Das habe ich schon länger nicht gemacht. Ziemlich interessant und spannend den ganzen Tag. Ich finde, jeder Film bisher hat ein gewisses Niveau. Das waren echt Themen, wo ich mir dachte, was ist schon krass, dass man das so in einem Film preisgibt. Ja, liebe Leute, wir befinden uns hier jetzt gerade auf dem Weg durch das arabische Viertel Saarbrückernis. Lautrade Radowitsch. Lautrade Radowitsch. Lautrade Radowitsch. Wir haben zwei gute Filme gesehen. Ja. Zwei schlechte. Wir haben Bier getrunken, dann haben wir getanzt. Wir haben Mua, Maschallah, was das für ein Tanz war. Erken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017